Bei dem Titel Find the Fallen Star würde ich zumindest nicht sofort an einen Meteoriten denken, sondern eher an einen Filmstar, der den Ruf nicht verkraften konnte, quasi als Metapher also diesen Titel verstehen. In diesem Fall ist der Titel aber wörtlich zu nehmen. Meteoriten sind zwar keine Sterne, ihre Materie aber entstand ebenso im Inneren eines Sterns wie die, aus der sie und ich bestehen. Die Hamburger Fotografin Regine Petersen hat sich insofern tatsächlich mit gefallenen Sternen beschäftigt und mit dem, was nach dem Fall alles so an der Fundstelle bzw. am Einschlagsort passiert ist. Sehen Sie unser Interview mit ihr nach unserem kurzen Zuspielfilm. Das Braunschweiger Museum für Fotografie in den beiden historischen Torhäusern an der Helmstädter Straße bietet in diesem Sommer ein ganz besonderes Highlight. Die Ausstellung Find the Fallen Star von Regine Petersen ragt weit aus üblichen Bilderpräsentationen heraus, schon allein deshalb, weil die gefallenen Sterne als Kristallisationspunkt ihrer Arbeit einen Bogen von den Anfängen unseres Sonnensystems bis in die Gegenwart schlagen. Meteoriten, also auf der Erde gelandete Brocken kosmischen Materials, sind ja bekanntlich Überreste jenes Prozesses, der vor viereinhalb Milliarden Jahren zur Bildung unseres Sonnensystems führte. Für die in Hamburg lebende Fotografin Regine Petersen sind sie so etwas wie Zeitkapseln, in denen Botschaften aus einer unermesslich fernen Vergangenheit versteckt sind, zumindest für den, der sie lesen kann. Schlagen solche kosmischen Geschosse ausnahmsweise in dicht besiedelten Gebieten ein, so muss nicht gleich eine Riesenkatastrophe daraus entstehen, wie beispielsweise jener Einschlag, der höchstwahrscheinlich vor 65 Millionen Jahren das Aussterben der Dinosaurier eingeleitet hat. Ganz im Gegenteil sind diese Trümmer meist klein und richten kaum Schaden an. Dass es jedoch im Gefolge solcher Einschläge zu einem Medienereignis kommt, liegt wohl in der Natur der Sache. Das währt allerdings immer nur kurz, dann kehrt wieder Ruhe ein im Blätterwald. Nicht so für Regine Petersen. Der Faszination dieser Himmelsboten schnell erlegen, hat sie einige zeitlich weit zurückliegende Fälle näher unter die Lupe genommen. Was sie dabei entdeckt hat, ist nicht nur die Tatsache eines Meteoriteneinschlages. Es sind Geschichten, die vor allem mit den betroffenen Menschen zu tun haben, mit der Örtlichkeit des Einschlages, mit Streit, Medienrummel und sogar Gerichtsprozessen. Selbst rassistische Ressentiments spielen zum Beispiel bei einem Einschlag im US-Bundesstaat Alabama eine Rolle. Regine Petersen ist also nicht nur der Faszination der gefallenen Sterne erlegen, sondern auch dem, was sich da nach dem Sternenfall ganz irdisches getan hat. Ihre Erfahrungen und Erlebnisse hat sie neben der Ausstellung auch in drei Büchern zum Thema niedergeschrieben. Man weiß als Betrachter eigentlich gar nicht, ob man sie als forschende Fotografin oder als fotografierende Forscherin sehen soll. Vielleicht ist sie beides und das auch noch in vielen verschiedenen Disziplinen. Die Bezeichnung Fotografin allein jedenfalls wird ihr wohl nicht wirklich gerecht. Ja, Frau Petersen, Sie sind zu Gast in Braunschweig mit einer Ausstellung. Wir stehen hier gerade vor einem Bild, was mich vorhin beim Rundgang auch besonders fasziniert hat. Und das hängt zusammen mit einem Meteoriteneinschlag in Alabama, den Sie recherchiert haben, wo Sie nachgeforscht haben. Und ja, vieles herausgefunden haben, was nicht nur den Meteoriteneinschlag angeht, sondern auch das, was drumherum passiert ist, die Menschen, der Ort und, und, und. Wie kommt man dazu, sich für Meteoriten zu interessieren? Gute Frage für den Anfang. Also ich finde Meteoriten sehr faszinierend, weil sie, wenn man sie in der Hand hält, das älteste Material sind, was man überhaupt berühren kann. Also die sind ja 4,5 Milliarden Jahre alt, kommen auch aus der Zeit der Entstehung des Sonnensystems und haben eben die lange Reise auf sich genommen, um auf die Erde zu fallen. Und ich finde, das ist, erst mal wirft es sehr viele Fragen auf, wenn man sich so ein Meteorit anschaut, was irgendwie Zeit und das Leben auf der Erde und so weiter betrifft. Sie haben vorhin auch beim Rundgang, bei Ihren Erklärungen, haben Sie so ein bisschen Parallelen gezogen. Ich sage mal so, Zeitkapsel, das Stichwort. Auch zu dem, was Sie dann im Anschluss gemacht haben. Das ist für Sie auch die Verbindung zur Fotografie, wenn ich das richtig verstanden habe vorhin. Das ist eine der Verbindungen zur Fotografie, ja. Also ich sehe die Fotografie oder eine Fotografie eben auch als Zeitkapsel. Und ich denke, dass da vom Kerninhalt her dasselbe drinsteckt wie bei einem Meteoriten, der eben seit Milliarden von Jahren unverändert ist in seinem Inneren, also die meisten Meteoriten jedenfalls, und eben die Informationen von den Anfängen noch in sich tragen. Und in dem Moment, wo eben so ein Meteorit mit dem Alltag hier auf der Erde zusammentrifft, finde ich, fängt es an, interessant zu werden. Ja, vor allen Dingen in Alabama. Wir haben vorhin das Bild gesehen mit dem Einschlag da, was ja wohl tatsächlich im Wohnzimmer stattgefunden hat. Und als Sie es erzählt haben, musste ich unwillkürlich grinsen. Ich habe dabei gedacht, möglicherweise hat die Dame den falschen Wecker gestellt, weil sie ja geschlafen hat. Sie ist auch verletzt worden bei dem Einschlag. Und dann hat ja einiges stattgefunden hinterher, was dann bis hin zu Gerichtsverhandlungen geführt hat. Nutzen Sie das Medium Fotografie als Kristallisationspunkt und von da ausgehend zu sehen, ja, ich sage mal, so einen distanzierten Blick von oben zu werfen auf Zeit, Raum, Menschen und was man alles noch so rausfindet dabei? Ja, also dieser Blick des Meteoriten auf die Menschen, der spielt da schon so ein bisschen eine Rolle. Oder wie man eben vielleicht als Außerirdischer auf die Menschen schauen würde. Also es gibt da diese Distanz, dieser Versuch eben, die größeren Dinge zu erfassen oder aus der Distanz zu sehen. Und gleichzeitig geht es mir aber auch ganz klar um die Einzelschicksale und um die einzelnen Menschen, die daran beteiligt sind. Und die auch so in ihrer Einzigartigkeit so ein bisschen zu zeigen und ihre persönlichen Geschichten auch dem so ein bisschen Gewicht zu geben, wollen wir mal sagen. Also es ist nicht, ich bin nicht völlig kühl und distanziert, ich interessiere mich schon auch wirklich für die Schicksale der Leute. Ja, aber das Verbindungslied dazu war in diesem Fall, und es ist in vielen anderen Fällen natürlich auch der Stein aus dem Weltraum. Jetzt haben Sie vorhin auch Gegensätze angesprochen. Wir stehen hier gerade vor einem Bild mit weißem Marmor unten und es fiel der Begriff schwarz. Das sind so zwei Gegensätze, auf die Sie bei Ihren Recherchen gestoßen sind. Ist das richtig? Das kann man so sagen, ja, es war nicht so geplant, aber im ersten Moment fand ich es einfach interessant, dass Silla-Korga, der Ort, wo der Meteorit gefallen ist, eben ein Ort war, wo sehr viel Marmor abgebaut wird, der eben auch für bestimmte Monumente in Washington benutzt wird. Und was hier zu sehen ist, ist eben ein stillgelegter Marmorsteinbruch, eine lange Geschichte des Marmorabbaus. Und ich fand es erstmal interessant, dass so viel über diesen schwarzen Meteoriten gesprochen wird, der zwar sehr spektakulär auf der einen Seite ist, aber eben andererseits auch nur ein schwarzer Stein und dass gleichzeitig dieser wunderschöne Marmor überall in Silla-Korga rumliegt und die Leute das gar nicht mehr bemerken. Aber es hat für mich auch eine metaphorische Bedeutung im Sinne von der Situation in Alabama in den 50er Jahren, noch in der Zeit vor den Civil Rights. Und die Geschichte fing ja an mit Anne Hodges, der weißen Hausfrau, die eben in der Presse und den Medien war. Und meine Recherche hat mich dann aber weitergeführt. Und ich habe dann eben noch eine weniger bekannte Geschichte gefunden. Und das ist eben, dass ein Afroamerikaner Julius McKinney damals ein zweites Fragment des selben Meteoriten, der in der Luft zersprungen ist, gefunden hat und gar nicht in der Presse oder sehr wenig in der Presse war. Und stattdessen diesen Meteoriten erstmal versteckt hat, also unter seinem Bett versteckt hat. Einfach aus Angst, dass er ihm weggenommen wird. Und da fing an, sich auf einmal nochmal eine neue Ebene aufzutun. Was ist das eigentlich für ein Ort gewesen zu der Zeit? Und wieso musste ein Mann Angst haben, dass ihm ein Stein weggenommen wird? Im Endeffekt ist die Geschichte für ihn ja gut ausgegangen, im Gegensatz zu der Geschichte von der Anne Hodges. Er konnte den Stein gewinnbringend verkaufen und sich davon ein neues Grundstück leisten und einen Gebrauchtwagen. Ja, das Schicksal der Anne Hodges ist ein etwas anderes gewesen. Da ist ein bisschen mehr passiert hinterher. Ja, also es war ein ziemlicher Presserummel erstmal. Die Air Force ist angerückt, weil sie eben dachten oder nicht wussten, es könnte ja auch ein UFO sein oder eine russische Bombe. Und hat den Meteoriten erstmal konfisziert. Daraufhin ist dann Anne Hodges' Mann, der war damit nicht einverstanden, hat er erstmal den Bürgermeister verklagt, weil er eben den Meteoriten der Air Force ausgehändigt hat. Dann gab es noch ein weiteres Gerichtsverfahren mit der Vermieterin des Hauses, die den Meteoriten für sich beansprucht hat, weil es eben ihr Grundstück war, auf den der Meteoriten gefallen ist. Es war relativ viel Stress und Anne Hodges musste dann erstmal ins Krankenhaus, erstmal wegen ihrem großen blauen Fleck, den sie hatte, aber vor allem, weil sie einfach mit diesem Rummel nicht umgehen konnte. Es waren ganz normale Leute, keine besonders telegenen Leute. Und das wollte ich noch sagen, genau. Also es kam auch zu Problemen innerhalb der Ehe. Also diese Probleme bestanden schon vorher, aber durch den Meteoriten und durch den Stress sind bestimmte Dinge nochmal besonders deutlich geworden. Und einige Jahre später haben sich die Hodges dann scheiden lassen. Also der Mann hat dafür hauptsächlich den Meteoriten die Schuld gegeben. Es ist natürlich ein bisschen fragwürdig, ob das wirklich so stimmt. Aber es ist zumindest so gewesen, dass anfangs eben Anne Hodges gesagt hat, der Meteorit ist von Gott geschickt worden. Und zum Schluss hat sie gesagt, ich würde mir wünschen, der wäre woanders gefallen, hätte niemanden getroffen und ich wäre davon verschont geblieben. Also es war wirklich keine erfreuliche Entwicklung für sie. Das wirkt auf uns heutige fast schon ein bisschen skurril, dieser zeitliche Kontext, diese, ja, man muss ja schon fast noch sagen, Rassentrennung in den USA zu der Zeit und gerade auch in Alabama auf dem Land. Sie haben aber auch andere Erfahrungen gemacht mit einem Meteoriteneinschlag in Deutschland, wo, ich sage jetzt einfach mal das Stichwort, was mir noch so im Kopf geblieben ist, unterschiedliche Wahrheiten oder viele verschiedene Wahrheiten. Was ist da denn passiert? Das war in Ramsdorf in Nordrhein-Westfalen. Da ist 1958 ein Meteorit gefallen, der von, also die offizielle Version sagt, es sind fünf Kinder gewesen, die den beobachtet haben und dann zu dem Loch gegangen sind, den Meteoriten ausgegraben haben auf dem Nachbargrundstück und den dann in fünf Teile zerschlagen haben und untereinander aufgeteilt haben. Unter Geheimhaltung. Also sie haben gesagt, sie wollen es niemandem erzählen. Als ich da war, habe ich dann festgestellt, dass doch vielleicht mehr Leute an dem Fall beteiligt waren, beziehungsweise es gab mehr Leute, die sich gemeldet haben, gesagt haben, ich bin auch dabei gewesen. Und ich fand es interessant, dann nicht nur die offizielle Version zu übernehmen, sondern eben zu schauen, was haben diese einzelnen Augenzeugen dazu zu sagen. Und es sind doch sehr viele verschiedene Versionen oder Erinnerungen dieses Ereignisses. Und das fand ich eben interessant. Also wie funktioniert Erinnerung und wie wird Geschichte geschrieben? Das heißt, dass das wirkliche Geschehen ist aus dem Blickwinkel der unterschiedlichen Personen auch unterschiedlich interpretiert worden und weitererzählt worden ist, wenn ich das so richtig verstehe. Was meinen Sie mit anders interpretiert? Ja, man kann ja eine Beobachtung auf die Art und Weise oder auf die Art und Weise interpretieren, je nachdem, wie gut der Beobachter ist, wie gut er das auch weitergeben kann, sprachlich. Und da sind wahrscheinlich dann die verschiedenen Versionen entstanden dabei. Das sind einerseits die verschiedenen Versionen, aber es ist eben auch, also ich denke, das kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, dass es auch eine selektive Wahrnehmung einfach ist. Also dass man zum Beispiel sagt, der und der ist dabei gewesen oder meine Freunde waren dabei und der war aber nicht dabei. Also vielleicht, das ist nicht unbedingt Bösartigkeit. Ich glaube, das ist auch einfach eine bestimmte Wahrnehmung, dass man halt bestimmte Leute eben zu seinem Umfeld zählt, sich an die erinnert und eben an andere Leute nicht. Und da gab es eben viele Diskrepanzen. Wer waren die eigentlichen Augenzeugen und wer war es nicht? Ja, nun gibt es ja diese berühmte Geschichte von den drei Wandersleuten, ein Künstler, ein Bildhauer und ein ganz normaler Zeitungsreporter, die durch eine Landschaft wandern und jeder von denen sieht etwas anderes. Nun sind Sie Künstlerin, haben Sie ein besonderes Auge für, ja ich sage jetzt mal, mal abgesehen von Ihrem Interesse an Steinen aus dem Weltraum, ein besonderes Interesse für ganz bestimmte Dinge, die Sie fotografieren? Oder ist das bei Ihnen themenabhängig, dass Sie sagen, okay, jetzt habe ich mich an einem Thema festgebissen und da sehe ich jetzt, was ist der Kontext davon? Also es ist schon immer themenspezifisch, aber es gibt generelle Fragen, die mich einfach interessieren. Und das ist eben unter anderem Geschichte, Geschichten, Mythos. Wie wird aus einer Geschichte ein Mythos? Also wie wird Geschichte geschrieben? Der Zufall spielt immer eine große Rolle. Und eben, dass ein Raum aufgebaut wird, wo bestimmte Fragestellungen existieren können, also bestimmte philosophische Fragestellungen. Und dass sich eben der Betrachter auch immer selbst mit einbringen kann. Nichtsdestotrotz interessiert mich auch immer das Spezifische. Also ich kann eigentlich schwer allgemein an Themen rangehen. Ich brauche immer so einen Auslöser oder einen Startpunkt und eben eine spezifische Geschichte. Und diese Spezifizität ist eben auch das, was mich interessiert, weil daran macht sich auch viel Geschichte fest. Oder man kann sehr viel davon lernen über das Umfeld, in dem die Leute gelebt haben und über die soziale und politische Situation. Und die möchte ich aber auch immer in die Arbeit mit einfließen lassen. Also es geht mir nicht immer nur um die einzelnen Leute, sondern gleichzeitig auch um das Umfeld, in dem sie gelebt haben. Es gibt ja diese Meinung, die jetzt nicht von Fotografen stammt, aber von vielen Bilderkonsumenten, dass der Fotograf mit der Kamera eine gewisse Distanz schafft zu seinem Model, zu dem, was er fotografiert. Es scheint mir bei Ihnen genau umgekehrt zu sein, dass Sie die Kamera dazu nutzen, zunächst erstmal Nähe herzustellen und dann immer weiter einzudringen in den Kontext dessen, was Sie da gerade machen. Kann man das so sehen? Das würde ich erstmal verneinen. Also ich denke, dass man als Fotograf immer nur eine Oberfläche abbildet. Ich finde es interessant, wenn diese Oberfläche anfängt zu bröckeln und wenn man vielleicht ein bisschen einen Einblick kriegt in das, was sein könnte. Aber ich glaube nicht, dass man durch Nähe in der Fotografie, also es gibt ja auch diese, also Diane Abus hat das mal gesagt, dass man irgendwie in die Seele des Menschen schauen will. Ich glaube, das ist mit Fotografie nicht möglich. Und das muss aber auch nicht möglich sein. Also ich muss diese Nähe nicht herstellen. Es geht mir im Grunde genommen um diese Ambivalenz zwischen Nähe und Distanz. Also dass ich etwas über die Menschen erzähle, dass eine bestimmte Emotionalität auch erzeugt werden kann. Gleichzeitig brauche ich aber auch immer den richtigen Abstand. Sonst glaube ich, ist es zu nah dran oder ist es manchmal zu weit weg. Also eigentlich geht es darum, sich genau das, was ich als genau die richtige Positionierung empfinde, das zu finden. Jetzt haben Sie nicht nur diese Ausstellung hier zurzeit in Braunschweig, sondern Sie lassen auch schon mal einen Blick werfen auf ein anderes Projekt. Was ich jetzt aber gar nicht wissen möchte, sondern ich will einfach wissen, ob da schon irgendwas in der Pipeline ist, was so die weitere Zukunft angeht. Gibt es da schon Ideen von Ihnen oder gibt es da schon irgendein Thema, wo Sie sagen, okay, das könnte was werden? Also das ist das Thema, was drüben tatsächlich hängt. Das wird jetzt auch ein langfristiges Projekt werden, also Gospel of Mark, wo ich mich mit dem Markus-Evangelium beschäftige. Und da muss ich jetzt erstmal ganz viel lesen und ja, mal schauen, wohin mich die Reise führt. So viel kann ich da jetzt noch nicht zu sagen. Also dann, ich zitiere jetzt beinahe mal unseren Bundestrainer, höchste Konzentration auf das Thema, auf das nächste Thema, ohne dass Sie jetzt schon mal schielen, wo könnte es denn weitergehen? Ich verstehe die Frage nicht so ganz. Ja, Sie konzentrieren sich also tatsächlich voll auf Ihr nächstes Projekt und gucken im Augenblick zumindest nicht rechts und links, wo denn das nächste Thema ist. Das kann ich auch nicht. Also das Thema an sich ist schon überall rechts und links gucken innerhalb des Themas und es ist halt so einfach so komplex und nimmt mich dann auch so in... Also es nimmt mich dann irgendwie so gefangen, dass ich irgendwie nicht weiter darüber hinaus zu dem Zeitpunkt denken kann oder will. Also das ist jetzt erstmal der Weg, den ich einschlage. Ich weiß ja nicht genau, wo das Thema endet, aber ich glaube, da ist sehr viel Potenzial und sehr viel noch zu entdecken für mich. Und den Weg gehe ich jetzt erstmal. Was danach passiert, kann ich jetzt noch nicht sagen. Also zumindest hört sich das Thema sehr interessant an und ich gehe mal davon aus, jetzt in diesem Moment, dass wir auch das in Braunschweig zu sehen bekommen. Keine Ahnung. Je nachdem, wer das gerne zeigen möchte. Okay. Dann darf ich Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Ja, auch vielen Dank. Und für die Zukunft ganz, ganz viel Erfolg und gut Licht. Dankeschön. Dankeschön. Ja.